Ich erinnere euch aber, liebe Brüder des Evangelions, dass ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt. Es wäre denn, dass ihr umsonst geglaubet hättet. Denn ich habe euch zuvorderst gegeben, welches ich euch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr denn 500 Brüdern auf einmal, der noch viel leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobo, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnaden bin ich, dass ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nur ich oder jene, also predigen wir, und also habt ihr geglaubet. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden auch erfunden, falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten. Er hätte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hätte. Sinde mal die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, so in Christo entschlafen, sind verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nur aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling worden unter denen, die da schlafen. Sinde mal durch ein Menschen der Tod und durch ein Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die Christum angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod, denn er hat ihm alles unter seine Füße getan. Wenn er aber sagt, dass es alles untertan sei, ist offenbar, dass ausgenommen ist, der ihm alles untertan hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, als denn wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles untertan hat, auf das Gott sei alles in allen. Was machen sonst, die sich taufen lassen über den Toten, so aller Dinge die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen über den Toten? Und was stehen wir alle Stunde in der Fahr? Bei unserem Ruhm, den ich habe in Christo Jesum, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Habe ich menschlicher Meinung zu Ephesu mit den wilden Tieren gefochten? Was hilft's mich, so die Toten nicht auferstehen? Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Wachet recht auf und sündiget nicht, denn etliche wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande, möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du nah, das du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und das du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloß Korn, nämlich Weizen oder der anderen eines. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und einem jeglichen von dem Samen seinen eigenen Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein Anderfleisch ist der Menschen, ein Anders des Viehs, ein Anders der Fische, ein Anders der Vögel. Und es sind himmlische Körper und irdische Körper, aber ein Anderherrlichkeit haben die himmlischen und ein Ander die irdischen. Ein Ander Klarheit hat die Sonne, ein Ander Klarheit hat der Mond, ein Ander Klarheit haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den Andern nach der Klarheit, also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man auch einen geistlichen Leib. Wie es geschrieben steht, Der erste Mensch Adam ist gemacht ins natürliche Leben und der letzte Adam ins geistliche Leben. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von Erden und irdisch, der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bilde des irdischen, also werden wir auch tragen das Bilde des himmlischen. Davon sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das selbst plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaunen. Denn es wird die Posaune scheinen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, denn er wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Helle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Stunde, die Kraft aber der Stunde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesum Christum. Darum, meine lieben Brüder, seid feste, unbeweglich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Sintemal ihr wisset, dass euer Erbeid nicht vergeblich ist in dem Herrn. Von der Steuere aber, die den heiligen Geschicht, wie ich den Gemeinden in Galatia befohlen habe, also tut auch ihr. Auf Jahr der Sabbata einen, lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihm leidlich ist, auf das nicht, wenn ich komme, denn allererst die Steuer zu sammeln sei. Wenn ich aber da kommen bin, welche ihr durch Bräue dafür anseht, die will ich senden, dass sie hinbringen eure Wohltat gen Jerusalem. So es aber wert ist, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonia ziehe. Denn durch Mazedonia werde ich ziehen, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch wintern, auf das ihr mich geleitet, wo ich hinziehen werde. Ich will euch jetzt nicht sehen im Vorüberziehen, denn ich hoffe, ich will etliche Zeit bei euch bleiben, so ist der Herr zulässet. Ich werde aber zu Ephesu bleiben bis auf Pfingsten, denn mir ist eine große Tür aufgetan und sie sind fleißig und sind viel widerwärtiger da. So Timotheus kommt, so sehet zu, dass er on Furcht bei euch sei, denn er treibet auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nun nicht jemand verachte, geleitet ihn aber im Friede, dass er zu mir komme, denn ich warte sein mit den Brüdern. Von Apollo, dem Bruder, aber wisset, dass ich ihn sehr viel ermahnet habe, dass er zu euch käme mit den Brüdern, und es war aller Dinge sein Wille nicht, dass er jetzt käme. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark, alle euer Ding lasset in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus Stephaner, dass sie sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen, auf das auch ihr solchen Untertan seid und allen, die mitwirken und erarbeiten. Ich freue mich über der Zukunft Stephaner und Fortunati und Achalki, denn wo ich euer Mangel hatte, das haben sie erstattet. Sie haben erquickt meinen und euren Geist. Erkennet, dass sie solche sind. Es grüßen euch die Gemeinden in Asia. Es grüßet euch sehr in dem Herrn Aquilas und Priskela samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. So jemand, den Herrn Jesu Christ nicht lieb hat, der sei Anathema Maharam Motta. Die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch ein in Christo Jesu. Amen. Die Epistel zu den Korinthern, gesandt aus Asia durch Stephanon und Fortunaten und Achalkon und Timothion. Ängste halten einen Menschen im alten Dasein gefangen. Wegen den folgenden Ängsten wird Böses, Falsches oder Ungesundes zugelassen, verteidigt und geschützt. Angst vor dem Versagen, Angst ausgestoßen zu werden, Angst alleine zu sein, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Veränderung, Existenzangst, Angst vor Strafe, Angst aufzufallen, Angst vor dem Weg, Angst vor der Wahrheit, Angst vor dem Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Die